Die Räderei verlangt, dass ich zu unserem Ausweich mal eine Überstellung beziehe. Was Sie getan haben, war absolut unverantwortlich. Ich hielt es für meine Pflicht, das zu melden. Sie waren mit mir auf der Brücke. Ich hatte die ganze Zeit alles unter Kontrolle. Sie hatten einfach nur Glück. Ich habe die alte Fahrene in diesem Jahr bereits dreimal befahren. Mit deutlich größeren Schiffen als diesem her. Ich gehe kein unnötiges Risiko ein, Staff-Kapitän Grün. Ich weiß zu jeder Zeit ganz genau, was ich tue. Wie fühlen Sie sich jetzt?